Moin moin Freunde, ich ist Asha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch Video. Dabei haben wir heute ein weiteres potenzielles Leak für das, was uns sehr wahrscheinlich am 1. November-Wochenende auf der BlizzCon erwartet. Und die Rede ist natürlich von Overwatch 2. Für den Fall, dass ihr es übrigens noch nicht wusstet, ich bin erneut von Blizzard eingeladen, werde in Anaheim live für euch auch in diesem Jahr berichten, potenziell vielleicht sogar auch streamen. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo dalasst, um dann über die Neuigkeiten der BlizzCon informiert zu werden. Ja, wenn ihr euch erinnert, es ist knapp vier Monate her, dass wir erstmals über einen Leak von Journalist Jason Schreier sprachen, der damals bestätigte, dass Overwatch 2 in der Entwicklung sein soll. Ja, das Ganze aber eher ein PvE-Projekt anstelle eines weiteren PvP-Projekts sein sollte. Jason Schreier von Kotaku, der in der Vergangenheit zahlreiche Insider-Infos von Blizzard leagte, beschrieb Overwatch 2 damals als Left 4 Dead ähnliches Game. Das heißt Spieler im Überlebenskampf gegen anrückende KI-Gegner, ähnlich wie wir es derzeit im Rahmen des Halloween-Events ja auch mit Junkensteins Rache erleben. Overwatch 2 war dabei laut Jason Schreier eigentlich nur ein Arbeitstitel, das Endprodukt sollte natürlich anders heißen, aber schon vor Monaten sagt uns Jason Schreier, jo, Blizzard hat da was in der Entwicklung, das soll aber sehr anders werden als das ist, was wir momentan haben und trotzdem Fans glücklich machen. Ja, nun gab es heute Nacht jedoch ein weiteres potenzielles Leak und das kommt diesmal nicht von Jason Schreier, sondern von Overwatch-Streamer Metro. Und während ich dem Leak gegenüber erstmal sehr skeptisch war, und das solltet ihr grundsätzlich auch bei jedem Leak sein, denn ich erinnere euch, dass wir gerade im Oktober erst wieder Fake-Halloween-Leaks hatten, bevor das Event losging, das heißt nur weil ein Leak da ist, nur weil sich jemand hinstellt und Dinge behauptet, glaubt das nicht immer direkt und seht nicht alles als Selbstverständlichkeit an, sondern hinterfragt erstmal auch Quellen. Ja, warum, wenn ich sowas jetzt sage, warum hören wir uns dann heute das an, was im Grunde genommen ein Overwatch-Streamer behauptet? Relativ einfach, denn Metro hat sich im letzten Jahr, bevor Ash revealed wurde, schon hingestellt und hat tatsächlich Ash geleakt. Er hat sie geleakt, er konnte ihr komplettes Kit nennen, er konnte uns auch sagen, wie der Cinematic Short ungefähr aussehen sollte. Schon damals sagte Metro, er hat tatsächlich eine Quelle im Overwatch-Team, einen Entwickler, der ihm diese Infos zugesteckt hat. Ja, und vor der letzten BlizzCon wussten wir natürlich nicht, ob der Dude recht hat und jetzt, ein Jahr später, wissen wir, ja, der hat wirklich recht gehabt. Das ist das Leak, was Metro im letzten Jahr rausgehauen hat, hat sich wirklich als Wahrheit herausgestellt. Und deswegen, wenn Metro sich jetzt hinstellt und sagt, hey, ich hab von dieser gleichen Quelle wieder Infos bekommen über das, was auf der diesjährigen BlizzCon passiert, dann können wir zwar ein bisschen skeptisch sein, ob das erneut stimmt, aber zumindest wissen wir, im letzten Jahr war der Kerl legit. Und hey, warum sollte er sich jetzt hinstellen und irgendeinen Quatsch erzählen, der nicht stimmt? Und genau deshalb wollen wir uns das heutige Video auch anschauen, weil ich es unglaublich interessant finde. Ja, reden wir mal darüber, was Metro verkündet hat. So sprach er nämlich davon, dass wir in diesem Jahr auf der BlizzCon einen Cinematic Short mit zahlreichen bekannten Overwatch-Charakteren, wie zum Beispiel May, Tracer, Winston und sogar einem jungen Genji sehen sollen. Ja, und beendet werden soll dieser Cinematic dann mit dem Overwatch-Logo-Reveal, wo am Ende auch die Zahl 2 zu sehen ist. Das heißt, das Ganze erinnert fast so ein bisschen an den damaligen Reveal von Overwatch selbst, wo wir minutenlang diesen Cinematic Short mit dem sprechenden Affen gesehen haben, mit der Doomfist, und gar keine Ahnung hatten, was hier irgendwie los ist. Wir wussten nicht, hey, ist das eine Serie von Blizzard? Stellt uns Blizzard hier einen Film vor? Und dann am Ende kam das Game-Logo und wir wussten, wow, die stellen hier ein komplett neues Game vor. Das heißt, wenn man jetzt wirklich Overwatch 2 enthüllt, ist es nicht so komplett undenkbar, dass man das wirklich erneut im Rahmen eines wirklich coolen Cinematics vermutlich tun wird. Ja, nun wird es aber interessant, denn anders als beim damaligen Leak von Jason Schreier hat Metro tatsächlich ein paar andere Infos. Ähm, Overwatch 2 soll laut ihm nämlich nicht nur ein PvE-Spiel sein, wie es Jason Schreier damals behauptete, sondern soll auch ein PvP-Spiel sein. Ja, laut Jason Schreier war es damals fast gesetzt, oder er hat das so gehört, dass tatsächlich Overwatch und dieses Spin-Off-Game wirklich zwei komplett voneinander getrennte Spiele sein sollten. Das heißt, du hast auf der einen Seite Overwatch, was natürlich ganz regulär weiterläuft, und dann hast du dieses neue Spiel, das, keine Ahnung, Overwatch The Rise of Talon heißt oder wie auch immer, was aber eine getrennte Einheit zum Hauptspiel ist. Ähm, laut Metro's League könnte das Ganze aber ein bisschen komplizierter werden und könnte wirklich quasi Overwatch 2 sein, wie wir uns einen regulären Nachfolger vorstellen. Das heißt, eine PvE-Komponente, eine PvP-Komponente und möglicherweise sogar bedeuten, dass Overwatch als Spiel durch diesen Nachfolger abgelöst wird. Denn ganz ehrlich, ein Game-Titel wie Overwatch 2 suggeriert für mich mehr oder weniger, dass dieses Spiel ein Nachfolger werden sollte. Denn wird man ein Spiel wirklich Overwatch 2 nennen und damit Käufer komplett verwirren? Denn wer würde schon in den Laden gehen und würde dann da Overwatch stehen sehen und daneben steht Overwatch 2 und du würdest das erste Spiel kaufen? Ähm, grundsätzlich sehr unwahrscheinlich fast. Denn wenn das Spiel nicht, wie gesagt, so einen Untertitel hat, wie wir es gerade schon besprochen haben, sowas wie Overwatch The Rise of Talon oder sowas, dann würdest du einfach nur für Probleme sorgen. Folglich macht es also wirklich Sinn, Overwatch 2 als sowas wie eine Fortsetzung oder eine Art Expansion anzusehen, ähm, die uns zwar neue PvE-Elemente mitbringt, aber gleichzeitig auch dann irgendwie den aktuellen PvP-Modus übernimmt und ausbaut. Und so branchenuntypisch wäre das ja nicht. Ganz ehrlich, schauen wir uns mal die jährlichen Fortsetzungen wie Call of Duty oder sowas an. Dass Blizzard irgendwann nach vier Jahren mal sagt, hey, Leute, es ist jetzt an der Zeit, wir bringen Overwatch 2, ähm, die Kuh ist irgendwo gemolken, wir machen eh kaum noch Kohle mit den Vollversionen, machen unser Geld eh nur noch über Microtransactions. Es wäre nicht so überraschend. Ähm, Fakt ist ja auch, dass Overwatch als ein Projekt begann, das sich so ein bisschen verselbstständigt hat. Das Spiel war nie für Dinge wie professionellen E-Sport ausgelegt. Ähm, und auch wenn es Spielern nicht gefallen würde, es würde einfach Sinn machen. Ähm, auch wenn man sich natürlich die Frage stellen müsste, ob Blizzard mit einem Overwatch 2-Produkt nicht unnötig die Fanbase irgendwie fragmentieren würde. Denn es gibt ja immer Leute, die sagen, nee, ich kaufe mir die Fortsetzung nicht, ich hab mein Spiel, ich möchte das weiterspielen. Server werden ja auch nicht offline genommen. Ähm, das muss man ja auch ganz klar einfach sagen. Und ich meine, wir haben in dieser Woche erst den Release von Overwatch auf der Switch gehabt. Würde man jetzt wirklich in einem halben, in einem Dreivierteljahr wirklich in Overwatch 2 bringen und, ja, dann quasi den neuen Käufern vor den Kopf stoßen? Äh, es ist, es ist die große Frage. Ähm, aber eine Expansion, die auch vorheriges aufbaut, wird in meinen Augen viel mehr Sinn machen. Gerade wenn man das ganze Overwatch 2 nennt. Du bringst was Neues rein durch die PvE-Komponente, du übernimmst den PvP-Modus, baust den aber aus. Ähm, beseitigst vorherige Probleme. Ähm, sicherlich denkbar. Ja, aber unabhängig davon nun, ob es jetzt Standalone, ob es eine Expansion wird, ob es ein komplett unabhängiges Spin-Off-Spiel wird, wie ich es ja anfangs schon mal sagte. Ähm, Metro gab uns noch ein paar weitere Details und die sollten wir uns auch anschauen. Laut ihm soll Overwatch 2 nämlich eine Art Level-Up-System beziehungsweise Anpassungssystem für Helden beinhalten. Ja, was das heißt, ist natürlich noch so ein bisschen Spekulation, aber es wäre sicherlich denkbar, dass es eine Art Perk- oder Loadout-System gibt, wodurch du deine Helden dann etwas kustomisieren kannst. Ähm, keine Ahnung, du hast gute Heile im Match, also nimm doch bei Soldier anstatt seiner Heil-Nates, ähm, pack ihm doch ein paar Schockgranaten oder sowas ins Loadout. Wäre eine Sache, die ich mir fürs aktuelle Overwatch schon vorstellen könnte, gerade wo wir derzeit 2-2-2 haben und immer irgendjemand mit Leuten in seinem Team unzufrieden ist. Wenn du Helden mehr anpassen kannst, wäre das eine sehr, sehr, ähm, willkommene Änderung und ich glaube eine Änderung, die auch gut zum Spiel passen würde. Ähm, laut Metro, der hat dann ein kleines Beispiel gegeben, soll man zum Beispiel Tracers Pulsebombs so anpassen können, dass diese nicht nur dem angehefteten Ziel Schaden machen, sondern auch Gegnern drumherum. Ja, ob das Ganze jetzt wirklich Einzug in den PvP-Aspekt von Overwatch 2 nehmen soll oder nur in den PvE-Aspekt, das heißt, ähm, gegen nichtmenschliche Spieler, ja, das wird dann noch so ein bisschen die gute Frage sein. Ähm, aber ganz ehrlich, man muss einfach sagen, diese Infos, die Metro uns hier an die Hand gibt, sind wirklich interessant. Natürlich werden wir erst im Rahmen der BlizzCon wissen, ob er auch in diesem Jahr wirklich recht gehabt hat. Aber gerade wenn wir bedenken, ähm, Metro, deutscher Streamer, ist Twitch-Partner, ganz ehrlich, der Dude hat halt nichts zu gewinnen. Ähm, wenn der League am Ende falsch ist, den er uns hier an die Hand gegeben hat, dann hat er halt mehr zu verlieren. Und, ähm, natürlich, eine gewisse Prise Skepsis sollte immer da sein, wenn sich jemand hinstellt und Dinge behauptet. Ich kann mich auch hinstellen und kann sagen, hey, Overwatch 2 wird ein rosa fliegende Schwein als Helden haben. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, im letzten Jahr war er legit und deswegen müssen wir noch in diesem Jahr ein bisschen ernst nehmen zumindest. Ja, ich bin sehr gespannt, was das Ganze wird, ähm, was Overwatch 2 als Projekt besonders wird. Und, ähm, sagt ihr mir doch gerne in meinem Kommentarbereich, was denkt ihr davon? Ähm, würdet ihr in Overwatch 2 spielen, wenn es wirklich eine offizielle Fortsetzung wäre, die unseren PvP-Modus nimmt, den ausbaut, ähm, wenn da noch eine PvE-Komponente drauf wäre? Oder seid ihr so, dass ihr sagt, weißt du was, ich hab Overwatch und ich möchte gar kein neues Spiel. Ich möchte, dass es so weiterläuft. Ich möchte jährlich meine drei Helden haben. Ich möchte jährlich meine drei Maps haben. Ähm, ein neues Spiel würde ich nicht kaufen. Lasst mich wirklich mal eure Meinung dazu hören. Mich interessiert das wirklich, weil das ist eine Sache, die sicherlich die Fanbase etwas spalten wird. Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten heute. Ähm, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da und, äh, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja, vielen Dank.